Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nach einer längeren Pause geht es endlich weiter mit der Käserei. Heute mit einem Bergkäserezept. Hatten wir auf diesem Kanal noch nie, ist aber von der Vorgehensweise auch nicht allzu kompliziert und sollte relativ einfach gelingen. Wichtig ist hier die entsprechende Bakterienkultur. Wir arbeiten heute mit einer LHT-Kultur. Die besteht aus Lactobacillus helveticus und einer thermophilen Bakterienmischung bzw. einem thermophilen Stamm. Wir durchfahren also beim Käsen heute zwei Temperaturbereiche und diese LHT-Kultur ist dafür zuständig, dass der Käse dann seinen typischen kräftigen Geschmack bekommt, den man von einem Bergkäse so kennt. Hier auf der Seite im Topf seht ihr bereits 3 Liter Milch. Die werden jetzt angewärmt auf 32 Grad. Danach kommt wie üblich 1 Milliliter Calciumchlorid, aufgelöst in 50 Milliliter Wasser zum Einsatz, wird direkt in die Milch eingemischt. Ich werde einen 16 Teelöffel der LHT-Kultur in die Milch einrühren und dann einmal 60 Minuten ansäuern lassen. Danach kommt das Lab zur Mischung hinzu. Auch wieder 1 Milliliter, aufgelöst den 50 Milliliter Wasser. Das darf dann ebenfalls 60 Minuten arbeiten und die Milch dick legen. Die Galerte ist nun geschnitten in Würfel zu etwa 5 Millimeter. Nun beginnt der aufwendigste Teil dieses Rezepts und zwar das Verrühren. Das müssen wir nämlich in mehreren Schritten durchführen. Jetzt einmal für 15 Minuten, damit der Bruch etwas kleiner wird. Einfach nur ohne nachzuheizen durchrühren. Vorsichtig, damit die Käsebruchstücke nicht komplett zerfallen. Aber das kennt ihr ja schon aus den anderen Rezepten. Wenn ihr Stücke findet, die noch zu groß sind, so wie dieses hier, einfach mit dem Löffel einmal etwas zerkleinern. Das Ziel ist hier, dass wir jetzt noch möglichst viel Molke aus diesem Käsebruch herausbekommen und da hilft eben die Bewegung. 15 Minuten verrühren. Danach werden wir Molke abziehen und zwar von diesen 3 Litern etwa 600 Milliliter, also 15 bis 20 Prozent. Ich entscheide mich da eher für die obere Grenze mit den 20 Prozent. Nach dem Abziehen der Molke werden wir dann noch einmal weitere 10 Minuten verrühren. Diesmal eben mit der kleineren Molkemenge. Das Abziehen der Molke und nochmalige verrühren ist auch erledigt und wie ihr seht, ist der Käsebruch schon deutlich geschrumpft. Das reicht uns aber noch nicht. Jetzt geht es noch einmal ans 15 Minuten weiter verrühren und wir geben jetzt auch das heiße Wasser hinzu. Das Thermometer zeigt mir momentan etwa 30 Grad. Wir wollen irgendwo zwischen 43 und 45 Grad landen und deswegen nehmen wir 60 Grad heißes Wasser, wie es aus der Leitung kommt und geben es etappenweise dazu. Nicht zu viel auf einmal, denn sonst könnte es sein, dass ihr über die Temperatur hinaus schießt. Nachdem nun auch bei 43 bis 45 Grad nochmal 15 Minuten verrührt wurde, geht es ans Abfüllen des Käsebruchs. Ich habe jetzt schon einen Liter der Molke, ihr seht ihn hier hinten, abgezogen, weil ich hier einen Topf benutze, in dem die Käseform drin steht, der allerdings kleiner ist als mein 3 Liter Käsetopf. Deswegen hat er ein nicht so großes Füllvolumen und würde mit der ganzen Molke bei Weitem übergehen. Das möchte ich verhindern. Deswegen fülle ich jetzt einmal nur den Käsebruch ein und gieße dann mit der warmen Molke auf, soweit noch möglich. Wenn der Käsebruch sich nun vollständig in der Form befindet, schlagen wir einfach oben das Käsetuch drüber, legen den Pressdeckel auf und versuchen nun das Tuch dann soweit wie möglich noch in die Form zu bekommen. Die Molke dient hier übrigens dazu, die Temperatur zu halten. Wir wollen ja noch eine optimale Temperatur für die thermophilen Bakterienkulturen schaffen und da ist ein warmes Molkebad sehr hilfreich. Das Ganze kommt nun unter die Presse und wird bei 20 Kilo für zwei Stunden gepresst. So sieht das nun aus, wenn es fertig ist. Die Käseform steht im Molkebad. Der Käseleib ist unterhalb der Molkegrenze. Wer will, kann auch noch den Topf komplett auffüllen. Wir pressen mit halb angezogener Feder, kann man hier etwas noch erkennen. Haben also mit der 40 Kilo Druckfeder 20 Kilo Pressdruck aufgebracht. Wichtig ist, hier ab und an mal, also alle Viertelstunden ungefähr, vorbeizugehen und die Feder noch einmal nachzuspannen, denn durch diese Konstruktion, je weiter der Käse einsinkt, desto weniger Druck bringt die Feder natürlich auf und deswegen ist hier Nacharbeiten erforderlich. Kommen wir nun zum Ergebnis der ersten Pressung. Dafür nehme ich die Form jetzt aus dem Topf und dann holen wir den Käseleib hier heraus und schauen wir mal nach, wie er sich so gemacht hat. Sieht sehr gut aus, ist auch halbwegs gerade gepresst. Ich bin zufrieden. Als nächstes geht es daran, den Käseleib umzudrehen, um auch von der anderen Seite eine schöne Pressung hinzubekommen. Wir schlagen ihn natürlich wieder an das Tuch ein, füllen ihn wieder zurück in die Form und dann geht es auch schon an den zweiten Durchgang. Diesmal mit etwa 30 Kilo Pressdruck. Sieht soweit ganz gut aus. Jetzt werde ich noch den Topf leeren und dann in die nächste Pressung gehen. Drei Stunden mit etwa 30 Kilo Pressdruck und danach noch einmal eine Stunde mit etwa 40 Kilo Pressdruck. Die letzte Pressung ist nun erledigt. Zeit den Käse aus der Form zu holen. Wie ihr seht, habe ich den Pressdeckel diesmal nur oben aufgelegt. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich wollte, dass der Käse auch auf der Unterseite schön ausgeformt wird. Sieht ganz ok aus. Ein paar kleine Spuren sind vom Tuch noch vorhanden. Das macht aber nichts. Das wird sich im Laufe der Lagerung dann noch geben, da der Käseleib da noch seine Form anpasst. Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Nun ist es Zeit für das Einsalzen. Ich habe mich für das Salzen im Salzbad entschieden. Hier einen Behälter vorbereitet. Da passt der Käseleib nämlich genau hinein. Und da kommt jetzt 20 prozentige Salzlake darüber. Der Käse soll wirklich darin schwimmen. Ich habe hier ungefähr einen halben Liter Wasser benutzt und darin 100 Gramm Salz, unjutiertes Meersalz aufgelöst. Das weitere Vorgehen. Der Käseleib bleibt nun für zwei Stunden hier in der Lager. Alle 30 Minuten eine Viertel Drehung, damit auch alle Seiten schön mit dem Salzwasser in Berührung kommen. Und danach wird er herausgenommen, auf einen Teller oder Abtropfgitter gelegt und 24 Stunden zum Lufttrocknen aufgelegt. Nach dieser Zeit kommt er in den Kühlschrank, wird dort drei Wochen lang jeden Tag mit Salzlake geschmiert und wieder zum Trocknen aufgelegt. Das dient dazu, dass sich dann eine Rinde ausbildet. Und nach diesen drei Wochen werden wir dann einmal sehen können, wie sich der Käse entwickelt hat und ob er tatsächlich Richtung Bergkäse gegangen ist. Mehr gibt es für heute nicht zu erzählen. Ihr habt gesehen, dass das Rezept relativ einfach ist. Die einzige große Schwierigkeit ist eben das Verrühren, das ungefähr eine Stunde dauert und Aufmerksamkeit erfordert. Alles andere kann so nebenbei passieren. Nachdem wir in der Videoplanung ein paar Dinge dazwischen gekommen sind, kann ich euch auch direkt das Ergebnis dieses Käses zeigen. Er hatte jetzt Zeit, etwa einen Monat zu reifen. Ihr seht, es hat sich eine leichte Rinde entwickelt. Ganz zufrieden bin ich noch nicht hier in der Mitte. Ist die Rinde noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Wahrscheinlich hätte ich den Käse nach dem Waschen, also jeden Tag mit der Salzlake noch einmal einreiben, abbürsten, noch etwas trocknen lassen müssen, beziehungsweise den Deckel der Box offen lassen sollen. Das hätte die Luftfeuchtigkeit reduziert und dafür gesorgt, dass hier die äußere Rinde des Käseleibs noch etwas besser abtrocknet. Im Großen und Ganzen bin ich aber mit dem Ergebnis recht zufrieden. Kommen wir zum Anschnitt und schauen wir mal, ob der Bergkäse gelungen ist. Ich schneide mal ein schönes Eckchen heraus. Sieht auf den ersten Blick schon einmal ganz gut aus. Okay, der Käse-Teig ist noch etwas feucht. Wahrscheinlich hat das Pressen entweder zu kurz angedauert oder ich habe nicht genug Druck aufgebracht. Normalerweise sollte ein Bergkäse ja einen relativ harten Käse-Teig haben und nicht mehr ganz so weich sein. Nachgeben tut er nicht, aber wenn ihr hier seht, wenn ich darüber fahre, verschmiert das Innere etwas. Das ist nicht ganz optimal, aber ja, ich denke mal, damit kann man leben. Im Großen und Ganzen sieht das also gelungen aus. Verkosten wir noch ein kleines Stück. Ja, geschmacklich ist dieser Käse genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Naja, nicht ganz. Er ist noch etwas zu mild. Wahrscheinlich benötigt er eine etwas längere Reifungsdauer und wird dann nachher noch Aroma entwickeln. Es kann auch sein, dass die von mir benutzte Käsekultur eben eher für milde Bergkäse mit weniger Aroma gedacht ist. Ich muss mir da noch einmal genaue Beschreibung beim Verkäufer ansehen. Es gibt ja unendlich viele verschiedene Bakterienkulturen und je nachdem, was man benutzt, ist dann auch der entsprechende Geschmack des Käses. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Der Geschmack könnte etwas intensiver sein, aber da kann man ja mit verschiedenen Bakterienkulturen, wie gesagt, herumexperimentieren. Ist alles kein Problem und gibt einen Grund, noch weitere Käse zu produzieren. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an diesem Video und probiert vielleicht den Bergkäse auch einmal aus. Wenn ihr das tut, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Ergebnisse in den Kommentaren berichtet. Ansonsten bleibt nur noch, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.